Das ist schon eine ganze Ecke, die wir da geschafft haben. Gut, wir sind auch letztes Mal gut dabei gewesen, hier neue Mitbewohner zu bekommen. Und letztes Mal war 30, jetzt sind wir schon 31. Finde ich nicht schlecht, ne? Wir sind ja hier mit dem Essen beschäftigt, dass wir das jetzt aufteilen und so, dass jeder eine Aufgabe hat. Vielleicht ist das das A und O der ganzen Geschichte. Da fehlt ein Stein und dann wollen wir da bestimmt noch weiter Dach machen. Das bedeutet, dass wir da jetzt noch ein Scarf Road machen. Den erstmal da drauf setzen. Dann können wir da wieder hoch und... Ja. Dann müssen wir jetzt hier das zubauen. Der Scarf Road ist schon da, wunderbar. Passt. So, da haben die da auch wieder was zu tun. Essen läuft. Wir können einmal gerade reingucken, ob alle irgendwie rüstungsmäßig gut unterwegs sind. Aber da fehlt eine Hose. Und sonst... Da fehlt eine Hose. Da fehlt auch eine Hose. Zwei Buchsen, drei Buchsen. Drei Buchsen fehlen noch. Ich sehe jetzt hier auch nicht wirklich eine, ne? Da sind ja Waffen. Dann sind Rüstungen da. Boots. Und Helm, okay. Dann müssen wir doch mal was in Auftrag geben, ne? Aber eigentlich sollte das automatisch laufen, ne? Ja, Rüstung war hier. Hobgoblinit war das, ne? Hobgoblinit. Spider-Rid. Hobgoblinit ist hier nicht vorhanden. Hatten wir nicht schon Hobgoblinit. Da unten war noch ein Lager. Da war die Treppe in der Nähe. Aha, da haben wir Hobgoblinit. Aber... Drei, vier Stück nur. Und was war das für ein Jingle? Ist da? Da ist ein Held gekommen, ne? Ja. Hobgoblinit geht. Und machen wir mal zwei, drei Hosen extra, ne? Oder waren das vier? Ja, ich glaube drei. Aber wir können das ja mal angeben. Vier Stück gehen, ja? Weil vier davon noch da sind. Mal hoffen, dass es auch funktioniert. Wir hätten noch Platz für drei weitere Helden. So ist nicht. Okay. Die Binde steigt weiter auf 33. Oh, das ging aber zügig hier, ne? Da können wir gleich weiter ausbauen dann. Ne, das ist... Doch, das ist die richtige Höhe. Passt. Da ist das auch schon zu. Was für ein Raum das wird, weiß ich noch gar nicht. Müssen wir mal gucken. Vielleicht könnte man die... Ne, Bäckerei verändern. Eine weitere Bäckerei machen. Ist zu weit weg dafür. Ja, das ist zu weit weg. Das machen wir nicht. Können wir hier einen Tempostoß geben. Ja, müsste mal gucken, was man da genau macht. Weiß ich jetzt auch noch nicht. Das geht da oben auf jeden Fall weiter. Die Stelle könnte man natürlich auf anderen Seite machen vielleicht oder so, ne? Dann könnte man da schlachten und da weiter durch die... Die... Viecher hier hin machen. Den wäre ich noch abtragen. Auch noch eine Idee, ne? Machen wir mal. Das war jetzt verkehrt. Äh... Gut. Haben wir so was zu tun. Es geht bestimmt die Happiness dann runter. 36 ist aber schon ein gutes Ende. So, die sind alle beschäftigt. Brot ist genug da. Wie sieht es denn überhaupt so insgesamt aus? Da sind elf. Bieren sind da. Äpfel sind da. Ein paar Kuchen. Das andere sehe ich jetzt nicht so irgendwie. Fehlt's. Naja, okay. Das werden wir auch noch in den Angriff kriegen, ne? Guck mal, das war der letzte. Dann ist das fertig. Gut. Äh... 24 waren hier unten. Und dann haben wir die obere Etage auch nochmal. Weiß ich jetzt nicht, ob das auch 24 ist. Ne, es sind mehr. 24? Ne. Doch, 24. Und hier sind's. 2, 4... Ne. 4, 8, 12, 16, 20, 23. Okay, das ist nicht das Problem, mit dem wir... Da haben wir jetzt einen Raum weggelassen. Warum eigentlich? Weil das vom Dach her nicht passte, ne? Genau. Dieses Dach haben wir da gebaut. Naja, das war so. Auch gut. Wir waren auch im Keller irgendwie mit dem Aushöhlen beschäftigt, ne? Aber da passiert auch nix. Hier ist noch blau. So, Gänge durchmachen. Wollen wir auch. Hier haben wir das Wasser wieder eingesperrt. Hier noch weiter graben. Macht auch keiner, ne? Da geht's auch. Hier ist... Achso, da ist schon entdeckt. Hier können die ja noch mehr entdecken, ja, eigentlich, ne? Kommt ein Händler, den müssen wir erstmal kommen lassen. Ja, da gibt's noch viel zu entdecken, ne? Wie sind die da hingekommen? Müssen wir irgendwo hier einen Zugang haben, ne? Wo haben wir den denn hingebaut? Hä? Habe ich denn hier einen Zugang hingemacht? Also hier ist nichts zu sehen, dass hier eine Treppe oder sowas ist. Da auch nicht. Wo ist die Treppe? Ich sehe überhaupt eine Treppe. Ist nur einer reingefallen und dann verstorben, also. Das sieht auch nicht so aus. Das müssten wir ja hier sehen, ne? Da ist unten und oben. Gleichzeitig. Also hier ist kein Loch zu sehen. Ne. So, dann gehen wir zwei hoch. Müssen wir hier irgendwo ein Loch sehen. Da muss ein Loch sein, wo der reingegangen ist. Auch interessant, ne? Ist die irgendwo durchgeschwommen, oder was? Hä? Hier, da sind Löcher. Ich weiß nicht, ob die darunter, aber da ist auch kein Zugang, oder? Hier ist auch kein Zugang, irgendwie weiß ich nicht, wo der runtergegangen ist, der das entdeckt hat. Da habe ich keinen blassen Schimmer. Ich sehe auch keine Stelle, wo der runtergegangen ist, also das ist jetzt eigenartig für mich. Ne, da auch nicht. Ne, komisch. Und das war ja auf der anderen Seite vom Wasser, wo es runtergeht. Da kann man ja nicht darüber. Wie sollte das gehen, darüber zu kommen, ne? Es gibt auch keinen Gang von da nach hier, oder? Nein, gibt es auch nicht. Ne, weiß ich nicht. Auf jeden Fall interessant, ne? Hier sieht es auch nicht so aus. Da auch nicht. Also jetzt das Zentrum zu finden, wo man hoch und runtergegangen ist, dann müsste man ja jetzt auf der Karte sagen, hier hinten, bis nach da, wäre dann die Mitte ungefähr hier, und dann müsste man hier hochgekommen sein, oder runter. Also es kann nur wirklich durch diese Löcher passiert sein, sonst kann man das nicht vorstellen. Na ja. Erstmal egal, ne? Auf der anderen Seite können wir das ganz einfach testen, fällt mir gerade so ein, ne? Du nimmst hier die Spitzhacke und sagst mal kurz, machen wir hier was weg. Und dann lassen wir das Spiel natürlich laufen, weil gerade ein Händler da ist, ne? Muss ich erst laufen lassen. Läuft's jetzt? Ja. Jetzt muss man mal gucken, wo da einer erscheint, der das da abbaut. Und dann folgt man dem. Ich glaube, jetzt ist es wieder in Pause, ne? Ne. Ach, jetzt läuft die Spinne da auch. So. Jetzt ist der Händler wohl da. Der hat allerlei Rüstung mit, aber alles aus Knochen brauchen wir nicht unbedingt, wir haben schon bessere Möglichkeiten, ne? Hier unten werden 17 Kerzen, ne? Was möchte er haben? Oh, da kriegt er ja auf jeden Fall was, ne? Kann er alles kriegen, das gibt ihm auch. Gibt ihm war alles hier, überhaupt kein Ding, ich nehm die Kerzen. Hm, das war wohl zu viel. Aber im falschen Sinne zu viel, ne? Der wird uns die 17 Kerzen dafür nicht geben. Das passt jetzt, dann müssen wir da welche zurückgeben. Gut. Zack. Und weiter geht's. Ist hier irgendwo zwischen den Bäumen der Treppe? Nö. Ah, da ist ein Held. Und da ist noch einer. Stellt sich nur die Frage, wie sind die hergekommen? Der läuft da gerade zurück. Da läuft er lang. Ah, da. Okay, man geht hier einfach durch den Dschungel dahin. Hier geht's wohl hoch. Ja. Dann weiß ich Bescheid, wo's hochgeht, ne? Gut. Läuft auf jeden Fall hier jetzt gerade. Haben die hier oben das abgebaut? Nö. Hat nicht geklappt. So, auf dem Dach steht keiner. Delete. Ich glaube, das ist schon so richtig, dann. Gut. Okay, erstmal wieder, ne? Happiness, wie sind wir da aufgestellt? Wow, 41 von 42. Oder 42 brauchen wir und 41 haben wir. Das ist ja richtig gut am Laufen dann, ne? Und der Händler, der kriegt seine Klamotten jetzt auch noch, oder? Schon ein paar Kerzen hier reingestellt. Das ist richtig gut, oder? Das ist richtig gut, oder? Und drei Leute dazu. Super. Ja. Aufteilung ist alles, oder wie sehe ich das? So, dann gucken wir gerade rein. Weil die müssen wir jetzt wirklich aufteilen, beziehungsweise... Die müssten sich erstmal hier ein Schwert holen, oder was? Warte mal, das mal gucken. Was sehen wir denn hier so? Okay. Die kriegen erstmal das in der Hand. Weil das um die Ecke ist, ne? Ich hoffe, das ist wirklich um die Ecke. Da gibt's nix. Ich will hoffen, dass das hier um die Ecke ist. Und... Helme waren, glaube ich, sogar noch auf dem Ständer, ne? So, dann haben die erstmal was anwenden. Das ist wichtig. Ja. Wachsen und Gedeihen. Das ist jetzt gerade die Devise, ne? Schön wäre es jetzt hier, wenn die zu sehen sind, gerade, wenn die sich die Klamotten holen. Da kommt eine Person, und... Sie hat sich schon mal ein Schwert geholt, und... Ein Helm, die anderen nicht, nur ein Schwert. Aber das ist schon mal ein Schritt voran. Ah, da haben sie alle drei sogar. Helm, die zwei Personen. Zweite Person, nicht zwei Personen. Da kommt noch jemand. Keine Ahnung, was die jetzt gemacht hat. Sieht ne Brustplatte aus der Ecke holt. Auch schön. Gut. Die kleiden sich an. Ja, alle haben auf jeden Fall einen Teil. Und jetzt machen wir das hier an, damit das klappt. Und dann gehen wir auf Essen. Jobgroup. Nee, dann müssen wir da hin und dann auf Jobgroup. So. Erste Person essen. Zweite Person... Erntehelfer. Und dritte Person noch mal Träger. Passt. Dann haben die auch was zu tun. Gut. Die verbrennen jetzt hier immer noch. Ist der Händler noch da? Ja. Wie bleibt denn der noch so? Äh. Noch alles? Oder wie sehe ich das? Naja, dann dauert es halt noch eine Weile. Gut. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.